Heyo Leute, was glaub ich, willkommen zu einem neuen Video und ja, heute keine weiteren Infos und zwar gibt es heute um K.A.R. nichts, wie gesagt. Jetzt zeige ich jetzt einfach mal ein paar Runden, Ski, Worf zu ruhen. Keine Ahnung, wieso. Ich könnte ja auch Survivalence bringen, juckt mich aber jetzt auch nicht. Also einfach Volkaufgaben zu zucken. Ich werde nicht viel reden wahrscheinlich, weil ich Musik im Hintergrund habe. Also nicht die gleiche wie ihr zum Livestream halt. Und ja, da denke ich immer halt, ich muss gar nicht reden, aber ich muss doch reden, aber alles kompliziert, blablabla. Ist das der fucking erst? Ich will mich doch verarschen. Das ist wie so ein Trollplayer, das ist halt richtig lächerlich. Ja, das bringt dir auch jetzt nicht so kleiner Bastard. Hat's gebracht, du Missgeburt. Ich muss mich richtig zum abfacken, oh. Junge, 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 immer dieses Player. Das ist halt richtig lächerlich. Ich hoffe das ist der Player, Alter. Wenn du es nicht warst, sorry, aber. Oh mein Gott. Ihr seht, ich bin der Scheiß-Dentrone, Alter. Ich save das IP mit Shige oder sowas. Ich habe den irgendwie ein bisschen in Verdacht. Und was machen die? Was machst du, du Bastard? Komm her. Die probieren Apfel zu kriegen, oder wird? Okay, das ist also dumm wie Scheiße, würde ich mal sagen. Es war so klar, es war so klar, dass der, diese Missgeburt, das war alle. Wie heißt der? IP Shige. Report, IP Shige. Troll. Report, confirm. So lächerlich. Ah, bringen wir doch. Ah, ja, keine Ahnung, was der Titel soll, ne. Ah, juckt jetzt auch. Ach so, doch. Wir haben eigentlich ein kleines Thema. Weil, es ist besonders ein kleines Thema. Ich weiß ja nicht, ob wir angenommen werden. So werden wir uns bewerben für Magic Games 4, das ist halt so legendär. Äh, ja, ich hab's schon öfters verfolgt und ich fand's recht generell geil. Ich hab gestern das Modpack angeschaut. Das leckt nicht viel. Geht eigentlich. Und ja. FN wird sie kurz noch bewerben, vielleicht kommt morgen wieder das Video. Wer weiß. Okay, wo sind die Pisser? Oh Gott. Scheiße. Halbes Herz. Wieso nicht? Ich darf wieder. Egal. Direkt neu, aber wenn da alles gibt. Zack. Ja, easy würde ich mal sagen. Scheiße ich darf nicht singen ihr haltet nicht die Musik Ich sag hier ist ein Steinschritt drin oder ein Rot Kein zu wahren, tschi tschi Ja aber Kaum die klatschig instant Nice Stand Zack So, wo sind die nächsten Gegner? Schmerzen, 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 schmerzen Ich denk die nächste Gegner, die hat eine Diabos Schon wieder falsch, was ist los? Ich werde eh wieder abgestimmt Easy, wie ich muss sagen Ja, wow, das ist so ein Thema Easy Nice, der gezogen Geht doch all das Geht doch all das Wenn das nicht ne geile Runde ist Scheiß, ich tu immer den besten Scheiß weg Zack, alter So, jetzt kann ich keiner erzählen, das Scheiße Spiel So, jetzt kann ich keiner erzählen, das Scheiße Spiel 5 kills So, alles noch weg troppeln Also wenn wir das verlieren, dann haue ich ein Gewinnspiel raus Das kann man nicht mehr verlieren Außer das ist Äh Oh Scheiße Ah, ich kann doch Ja, abgegabt Hat aber Holzschwert Nachteil Oh mein Oh mein Oh mein Oh mein die wenn das nicht in das ist nicht auf uns sehr gut kämpft die das ist gut spielt bloß alter guck mal Goma so richtig krassiert richtig krass ist gewohnt hier sind wir mit dem Krasseide ja gut ich hab von Nord die das ist die Geschichte über die zu wenig Abbaal ich könnte ja wohl gewinnt für auslösen und ein Strafball Und ja, wenn ihr gewischt wollt, stimmt einfach ab, ja oder nein. Und ja, haut rein und tschüss.